Hallo, in diesem Video geht es um die Altstimme des Chores Nummer 26. Das ist der Lasset uns nun gehen Chor aus dem dritten Teil des Weihnachtsoratoriums. Starten wir gleich von vorne. Direkt bei eurem Einsatz. Eins. Eins. Zwei. Machen wir den Abschnitt bitte gleich noch einmal in diesem Tempo. Eins. Eins. Zwei. Und jetzt machen wir den Abschnitt etwas schneller. Eins. Zwei. Drei. Eins. Eins. Zwei. Das machen wir gleich noch einmal. Und eins. Und jetzt machen wir den zweiten Teil ab und die Geschichte. Da rein. Eins. Eins. Zwei. Zwei. found. Zwei. Zwei. Den Abschnitt machen wir gleich noch einmal. Eins. Eins. Das machen wir gleich noch einmal. Eins. Eins. Und jetzt machen wir diesen Abschnitt in schnellerem Tempo. Eins, zwei, drei, eins. Das machen wir gleich noch einmal. Eins, zwei, drei, eins. Und jetzt würde ich gerne noch einmal das komplette Stück durchsingen. Von vorne in schnellem Tempo. Ich spiele jeweils die Einsätze von Tenor, Bass und Sopran vorweg und springe dann in eure Stimme. Eins, zwei. Das war es auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass es euch bei der Erarbeitung von diesem kleinen Chor geholfen hat. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video bitte unbedingt einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!